Ihr Lieben, heute habe ich etwas wahrlich Geniales auf meinem Tisch. Meine Erwartungen sind groß. Ob es schmeckt und wie es schmeckt, beziehungsweise wie er schmeckt, das werden wir gemeinsam hier in diesem Video feststellen. Ich habe den Wagemut XO hier und der ist die Fortführung sozusagen des normalen Wagemuts. Ich bin sehr gespannt. Ihr Lieben, damit hallo und herzlich willkommen auf Romtastisch. Mein Name ist Sven. Hier findet ihr alles rund um die Welt des Roms. Ich glaube, mehr Superlative konnte ich für einen Beginn, für einen Einstieg in das Video nicht finden. Ich bin wirklich sehr gespannt, was uns heute erwartet. Es gibt den Wagemut XO und der soll wahrlich gut sein und ich bin wirklich sehr gespannt. Ich werde ihn jetzt als allererstes ins Glas schütten oder einschenken und anschließend werde ich euch dann mal etwas über den Rum erzählen. Wir haben hier, oder das kann ich auch schon währenddessen machen, ich zeige euch aber gleich auch nochmal die Flasche. Wir haben hier einen Rum, der aus Barbados kommt und der dort in Barbados super lange in Fässern gereift ist. Und zwar ist er da, jetzt tue ich mich richtig schwer hier die Lünette abzumachen, ist er da ganze 18 Jahre in Fässern gewesen. Und damit verdient er den Beisatz oder die Bezeichnung XO auf jeden Fall, especially old. In der Rumwelt ist es durchaus gang und gäbe, dass man Rums, die nur sechs Jahre gelagert sind, trotzdem schon mit einem XO-Label bezeichnet. Und manchmal, da müsst ihr also genau drauf achten, ob dieses XO wirklich besonders alt ist, aber 18 Jahre, ich glaube, da können wir ohne Probleme sagen, jo, das ist richtig alt und das hat das Zertifikat XO auf jeden Fall verdient. Ich zeige euch mal die Flasche. Und da seht ihr einmal vorne den Aufdruck, den normalen Wagemut bei Nikolaus Kröger und dann XO in Rot, da drunter ganz auffällig, ganz groß. Und es handelt sich, wie gesagt, um einen 18-jährigen Barbados rum, der dort in Eichenfässern gelagert ist. Und anschließend, und das ist jetzt das Besondere, passt genau auf, warum das sich einfach auch noch abhebt von dem, ich sag mal, normalen Wagemut. Er ist in First Fill PX-Sherry-Fässern anschließend nachgereift worden. Das bedeutet, dass der Inhalt der PX-Sherry ausgefüllt wurde aus den Fässern und dann wurde das allererste Mal rum eingefüllt. Das heißt, man hat noch den vollen Geschmack dieses PX-Sherrys und es ist kein Second Fill. Beim Second Fill hätte man nämlich den Effekt, das halt schon rum drin gewesen ist und das natürlich schon PX-Sherry aus dem Holz gelöst worden ist. Und das hat man beim First Fill halt eben nicht. Das Ganze kommt in 1968 Flaschen. Das scheint erst mal eine Menge zu sein. Wenn ihr euch aber mal überlegt, wie wenig das eigentlich letztendlich ist, wenn man das auf so eine Palette draufstellt. Und vor allem, wenn die dann alle sind, dann ist vorbei, ihr Lieben. Dann gibt es den XO nicht mehr. Von daher, wenn ihr etwas Besonderes sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall in den Startlöchern stehen, sozusagen. 43,8 Prozent hat er. Ansonsten ist damit quasi nichts gemacht. Es ist Barbados rum, der schön gelagert ist, anschließend PX-Cask verfeinert und dann in Flaschen eingefüllt, aufgeteilt in 1968 Stück. Ihr Lieben, ich bin sehr gespannt, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt riecht und wie er dann schmeckt. Wow, wow, das ist ja ein Geruch, das ist ja geil. Wow. Der riecht süß, der riecht nach diesem Sherry, der riecht nach Barbados, der hat eine Würze an sich, hat so eine leichte Schärfe mit im Geruch. Aber die Fruchtigkeit dieses PX-Sherrys kommt auf jeden Fall raus. Sehr weich, sehr sanftig. Samtig, wollte ich sagen. Ich rieche auf jeden Fall die Vanille und so eine Fruchtigkeit nach getrockneten Früchten, nach getrockneter Pflaume, nach getrockneter Kirsche, wollte ich sagen. Aber Vorsicht, ich habe nicht das Kirscharoma hier drin. Nee, es ist eher noch trockenes Obst dabei, wie eine so eine vollreife, so eine wirklich vollreife Mango. Und trotzdem die Fruchtigkeit, so eine Traube ist dabei. Sehr geil. Holz rieche ich auch, das Holz riecht man deutlich raus. Aber es ist nicht trocken, also trotzdem, es so alt ist quasi schon, das Holz ist nicht trocken. Sehr geil. Ihr Lieben, ich bin gespannt. Prost. 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 Also hier passiert sehr viel. Zu Anfang haben wir eine ganz leichte Vanille und auch, ehrlich gesagt, hatte ich so die Ahnung im Mund von wegen, der ist aber seich, der ist aber mild. Und dann powert der los. Alter Schwede. Man hat eine feurige Pfeffrigkeit des Alkohols, eine Traubensüße dabei, eine Idee von Trockenfrucht und unheimlich viel Power dabei. Und dann ganz viel Trockenheit, ganz viel Holz, Eiche, wirklich so eine Bittermandel. Weil das macht sich alles hier gleichzeitig auf, sozusagen in den Gaumen. Das wird mehr im Mund. Das ist richtig geil. Wir haben hier, das müsst ihr euch auch klar machen, keinen süßen, lieblichen Likör, sondern richtig geil gelagerten Barbados rum, der seine eigene Süße mitbringt aus dem Holz. Aber nicht gesüßt wurde, was man ganz deutlich schmeckt, dass er nicht gesüßt wurde und der wirklich so eine richtig tolle Power, so eine richtig geile Kraft entwickelt. Wahnsinn. Wahnsinn. Der geht unscheinbar los. Der geht wirklich richtig unscheinbar los und hat so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, fast was Florales im Mund. Und dann diese Würze, diese Trockenheit, dieses, diese Idee von Vanille, etwas Karamell, gebranntes, gebrannter Kakao, würde ich sagen, der in so eine Bittermandelnote halt in diese Trockenheit des Holzes übergeht. Richtig geil, was sich da alles an Facetten quasi aufmacht. Das ist cool. Oh, und der Geruch auch noch nach dem zweiten Schluck noch, trotzdem entwickelt der so eine, so eine, so eine Fruchtigkeit und gleichzeitig ist auch die Vanille hier ja deutlich im Vordergrund. Mit dem PX-Sherry, man riecht einfach, dass das ein Sherry-Finish war. Geil. Also ihr Lieben, das hier ist mal wieder etwas richtig, richtig Edles aus dem Hause Wagemut, wie der Name ja irgendwie auch schon verrät. Wenn ihr ordentlichen Barbados rum sucht, dann kauft euch den normalen Wagemut. Aber wenn ihr eine Stufe höher sucht, wenn ihr etwas Spezielles sucht, etwas Außergewöhnliches, dann solltet ihr euch auf jeden Fall mal eine Flasche von diesem hier sichern, weil der ist echt lecker. Der ist für die guten Freunde sozusagen. In diesem Sinne, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Teilt das Video mit euren Freunden, abonniert den Kanal. Oh, wartet, da habe ich hier noch was vorbereitet. Hier, abonniert den Kanal und auf rumtastisch.de, da findet ihr dann sämtliche Informationen zu allen möglichen Rums hier, von Wagemut auch. Und ich freue mich, euch in den nächsten Videos zu sehen. Bis dahin, ihr Lieben, nüchtern bleiben, Prost!